Innovation hat Tradition bei Willeroy & Boch. Entdecken Sie die neue WC-Generation von Willeroy & Boch mit offenem Spülrand. Direct Flush – rundum hygienisch. Der offene Spülrand lässt sich mühelos reinigen. Die Pflege Ihres WCs ist einfacher als je zuvor. Im Vergleich zu WCs mit geschlossenem Spülrand haben Ablagerungen kaum eine Chance. Das Spülwasser wird präzise und direkt spritzfrei entlang des oberen Randes durch das gesamte WC-Innenbecken geführt. Sämtliche Bereiche des WCs werden kraftvoll bespült. Dabei ist das Direct Flush WC mit nur 3 bzw. 4,5 Liter Spülmenge sehr wassersparend. Direct Flush WCs von Willeroy & Boch verbinden hohe Funktionalität mit modernem, zeitlosen Design. Direct Flush – rundum hygienisch. Nerv...! Verbiage– Verbiage für WC-Innen manifest своÁ Este Yingle Million.